hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel mal wieder farm games match world aboof dragon puzzle game games passen so ich habe das ja gestern schon mal gespielt gehabt und wie es meistens ja immer so ist kommt das einfach den anderen tag das gleiche nicht immer aber meistens ich habe das auch gestern nicht mehr weiter gespielt weil naja egal machen wir weiter wir holen uns jetzt hier ein stern hoffe ich ein fitze was kann ich hier machen ja 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 Hä? Nur eine kleine Scheiße. Keine Ahnung was ich da machen soll. Ich steh da auf'n Schlauch. Dann geh ich erst mal an meinen Hafen. Später. Nicht jetzt. Oh, hier sind drei Münzen. Ach, ich wollte hier aufhängen. So hätte ich sie so ringsherum gelegt. Naja, egal. Der kommt da hin. Äh. Der kommt da hin. Das Geld kommt hier zum Geldhaufen. Oh, shit. Oh, shit. Oh. 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 Da brauche ich so eine Pflanze für. Oh. Oh, was ist das? Erde? Schöpuhu. 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 Was ist denn da noch drin? Ah. Okay, packen wir mal alles hier zusammen, was da ist. Die beiden gehören zusammen. Hmm. Hier ist ja noch so eine Pflanze. Ja. Ich pack mal die Blumen alle hier runter. Die beiden höher. Die Bäume, was zum Baum gehört, alles nach oben. Die Münzen, hier ist ein Münzhaufen. Verschwindet in acht Minuten. Verdammt verschwindet sie halt. Tschüss. Juckt mich nicht. Vielleicht kriegt er doch noch ein Drachen zum Erwecken. Das ist ja noch ein Drachen. Das ist ja noch ein Drachen. Das ist ja noch ein Drachen. Die sind ja noch ein Drachen. Ja. Das ist ja noch ein Drachen. Bofür auch immer das sind meine drei, vier Wächter Verteidiger, Läufter und Baumeister und ein Ei habe ich noch das wird auch ein Baumeister-Ei ich habe gerade gedacht, dass wir das so weit ist es ja noch gar nicht was kann man noch hier machen dann gehe ich halt hier noch mal gucken ja ich bin fertig trotzdem ich möchte noch mal probieren die eine Runde hier was soll ist das zur Hölle was soll man hier machen sollte das ein Witz sein ok ok so 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 schneller hmm und jetzt so die pflanzen entwickeln sich weiter schnell aufs Geld einsammeln bevor ich fertig mache und fertig na gut Entschuldigung, ich habe gerade hier in der Reihe durchgedrückt und dann ging auch das Video los ich habe nicht gelesen, habe nur durchgedrückt na gut ok das war es mit dem Spiel für heute Dankeschön fürs Zuschauen ich hole mir jetzt mein Ticket ab und ich hoffe dass ich jetzt nächste Woche mal die Drohne gewinne oder den Rechner und ja Dank für das Zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao